Hitze-Lockdown in Deutschland. Wenn die Temperaturen auf über 28 Grad steigen, möchte Karlchen einen Hitze-Lockdown verhängen. Schuld daran hat der deutsche Michael selbst, weil er sich nicht wie gewünscht für das Klima einsetzt. Raus dürfen dann nur die Bürger, die sich dreimal am Tag mit Lichtschutzfaktor 100 eincremen. Ihr Gesundheitskasper Karlchen.